hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video und es geht weiter mit dem projekt nissan navara so meine jungs mal fleißig so fangen wir an haubenaufsatz ist schon fertig jetzt haben wir es dran geklebt ja an dem motorhauber warum weil wenn man so viel spachtel nutzt ja für den prototypen es kann sein spachtel arbeitet auch dass wenn das beim beim trocknen sich verzieht ja dann hat man das so oder so oder so ja deswegen haben wir es festgeklebt ein paar tage der luftlein das bleibt jetzt drei vier tage am außen dran damit nichts passiert dass er sich nicht verbiegt so meine jungs haben das soweit vorbereitet das ist wieder dieses schaumstoff was ich gesagt habe kann man gut schleifen und so weiter das kennt ihr von einem anderen video jetzt hat er sich im prinzip so streben gebaut hier diese stellen wenn wir so ein bisschen aber dass wir hier so luftanlässe machen ja so ein bisschen weil das ist technisch ein bisschen anders als gedacht weil der grüpp geht ja hier ja also im prinzip musste hier komplett verlängert werden wenn wir das so bauen müsste jeder kunde quasi die stoße abschneiden das wieder nicht jeder kunde machen deswegen machen wir es nicht ja lassen wir so ungefähr wie das ist hier wird das alles so schön noch dieser war hier abgeschickt dass er gut aussieht so viel zum grill bei dem pola aber auch schon darüber und hat so ein bisschen besser sehen diese klötze die beiden sind schon fertig fertig die beiden sind fertig die beiden müssen wir noch ja das wird jetzt im prinzip jetzt übertrieben war so abgeschrägt diesen gerade wir bauen alles ist mal gerade damit wir nachher die die kanten abschrägen ja und das macht man so quasi da hat man sich angezeichnet jetzt gehe ich hier zeichnet auch quasi so an und hier auch dann hat man eine perfekte kannte dann nimmt man sich hier ein bisschen schleifpapier mit einem harten untergrund und schneidet quasi hier die kanten so lange quasi bis zur linie man sieht das geht ein bisschen härter jetzt als mit dem schaumstoff weil der schaumstoff ist natürlich sehr 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 einfach zu verarbeiten so dass man die jungs auf jeden fall nicht ich was macht man danach jetzt kannst du vielleicht von der leite kommen ja wenn wir die kanten fertig haben diese kanten das ist man nicht dann geht man wieder ab der mitte das behalten wir immer hier die mittleren punkte und gehen wir mit dem zirkel wieder von hier nach hier von hier nach hier also wenn man einen zirkel hat da kann man sich die mitte hier schön gerade teile rausschneiden das gleiche hier man überträgt das von links nach rechts links nach rechts links nach rechts da sieht geil aus jetzt kommen hier noch diese leuchten kommen hier so schöne dinge so halter weil das nicht schön guck mal so die montiert sieht das nicht schön aus deswegen machen wir hier so schön das habe ich dass die einfach nicht in der luft hängen noch was fertig ja jetzt kann man sehen das habe ich wieder aufgeklebt ja mit dem heiß kleber dass er wirklich an der karosserie richtig gut dran liegt weil wie auch vorne bei dem lufteinlass hier beziehungsweise dem haubenaufsatz muss das alles so drei vier tage ruhe damit sie jetzt nicht so verzieht wird wenn er sich verzieht wird schwer denn wieder dran zu bekommen also der sowas fertig da geht es zum lackierer und wird gefüllt gespacht und gefüllt gespachtelt bis das eine wirklich sehr sehr glatte oberfläche ist das ding ist eine zweiteilige form das im prinzip besteht das teil aus diesem teil werden so laschend gebaut und dann kommt die innere seite aber das machen wir in einem video wie wir die werkzeuge bauen ja das haben wir vorher schon eingefräst ja also kleinigkeiten kommen wir immer rein fräsen und so weiter so nicht anders die verbreiterungen ich glaube die sind schon zum lackieren oder ja die hat dominik letztes mal weggebracht ich wollte die zeigen schade auf jeden fall ja diesmal ein kurzes video optisch wird das wird die verbreitung sehr 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 massiv sehr sehr breit ja aber theoretisch ist das wirklich nur ich glaube drei zentimeter ja also dass der reifenbündig ist ja das muss bündig mit dem reifen sein ja und im prinzip dadurch dass es schon ab hier ist optisch wirkt dass das plus vier zentimeter also insgesamt wirkt das also wie zehn zentimeter ja ist aber nicht ja das ist nur optische täuschung das hat wohl nicht aussieht aber nicht zu breit ist weil ich glaube diese stollen reifen sind schon sehr 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 breit und wohin soll man in der breite gehen das wird man nachher unfahrbar deswegen machen wir das nicht zu breit nur optisch breiter ich freue mich wenn er fertig ist mit einem kleinen monster wir haben uns vorbereitet gerade mitgebracht und sagen verleuchten zwar sowas wenn man die zusammen macht das sind sehr 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 hochwertige leuchten das ist kein teil aus china jetzt natürlich durch die kabel ist ein bisschen sehr kompliziert die gerade zu halten aber so ungefähr ja die dinge so ungefähr diese kleinen stufen und so weiter kommen aufs dach das kann man hier das kann man hier sehen wir wollten zuerst als ein stück aber jetzt aber weißt du was damit das ein bisschen besser aussieht also ein bisschen anders bauen wir so kleine würfel fünf stück 1 4 genau fünf stück so sieht es aus unser projekt nissan navara wenn ihr was sehen wollt was auch immer wie wir was bauen oder sowas fast alle sagen wir euch wir sagen oder zeigen nicht wirklich hundertprozentig wieder alles funktioniert weil sonst wäre es keine kunst für jeden anderen das selber zu bauen also zu 90 prozent zeigen wir 10 prozent behalten wir für uns also die end tipps und tricks die wir haben mit der verbreiterung ein bisschen schade weil die sind schon beim lackieren und werden schon lackiert warum werden die teile lackiert das muss ich euch ein bisschen zeigen wenn wir die werkzeuge bauen weil wenn wir zum beispiel und so eine teile oder von denen dann auch hier ist es schon mal in 3000 nachspapier schleifen würde würde dann glatt sein aber die werkzeuge glänzen die so ja ich weiß nicht wieso das so ist aber das ist so das kann mir bis heute keiner erklären vielleicht was hat jemand von meinen abonnenten warum also ist wenn wir einen von dem lackierten teil werkzeug bauen glänzt die form wenn jetzt sagen viele okay ist ja klar glanz glanz ist schön glatt und glanz wir werden beides machen und ich zeige euch das in den form warum das so ist wirklich kann ich mir selber nicht erklären und meine jungs können mir das auch nicht erklären aber es ist schon ein chemischer prozess der irgendwie so funktioniert wenn man wirklich sauber sauber arbeitet kann man die teile mit dem gelkot also mit dieser farbe was man anstreifend produzieren schon in einer wagenfarbe sogar bestellen ja wir heute sache aus dem aus der form raus wenn wir das entformen wenn das wirklich sauber gearbeitet ist also picobello brauchen wir es nicht zu lackieren es gibt zum beispiel krankenwagen ja und so weiter die werden die werden wir nicht mehr lackiert die sind schon ich sag mal in den farben was ein krankenwagen hat orange weiß und so weiter ist schon in der ralfarbe von dem krankenwagen ja und deswegen wenn euch das video gefallen hat lasst mir bitte ein like da und ein abo aktiviert auf jeden fall die glocke ja da könnt ihr nichts verpassen ich habe mir die statistik von meinem youtube channel angeguckt und habe festgestellt dass nur 30 prozent meiner zuschauer oder abonnenten haben die glocke aktiviert ja also wenn ihr die glocke nicht aktiviert bekommt ihr keine info dass ich ein neues video online habe und das wird schade ich mag die videos mittlerweile wirklich sehr und und wir geben vollgas wir werden jetzt ja nicht alle projekte aber fast alle projekte die wir so dieses jahr machen werden mit einer videokamera begleiten und und ja ich freue mich vielen dank fürs zuschauen bis dann